Hallo, was gibt's denn? mault der Dino mürrisch. Ich wollte nur fragen, wo ich hier bin. Gibst du vorsichtig zurück? Na, in Alaska, am Nordpol. Wir nennen die Gegend hier Prince Creek. So entschuldige mich, ich habe es eilig. Ich muss Futter für meine Jungen finden. Und das ist im Winter wirklich schwierig. Mach's gut. Tschüss, willst du eigentlich noch hinterherrufen. Doch der Dinosaurier ist bereits im Unterholz des Polarwaldes verschwunden. Da vernimmst du plötzlich ein leises Schluchzen. Das Geräusch klingt wirklich traurig, aber es macht dich auch neugierig. Braucht dort ein Dino vielleicht deine Hilfe? Du machst dich auf den Weg. Immer näher bewegst du dich auf die Geräusche zu. Du schiebst einen langen Nadelast zur Seite, sodass der Schnee darauf lautlos zu Boden fällt. Dahinter siehst du im Schnee eine kleine Gestalt. Es ist ein Horndinosaurier, bestimmt noch ein ganz junger. Er besitzt einen Papagei-ähnlichen Schnabel. Eine Halsgrause ziert seinen Nacken. Auch der Dinosaurier scheint einen Mantel zu tragen. Statt einer echten Jacke schützen ihn aber viele flauschige, braun-beige, gestreifte Pflaumfedern vor der Kälte. In den freundlichen, braunen Augen glänzen Tränen. Hallo, rufst du dem Dinosaurierkind zu. Warum weinst du denn? Hallo, rufst du von Dinosaurierkind. Untertitelung des ZDF, 2020